Wer kennt schon die Welt unter Wasser? Für viele eine ebenso unbekannte wie faszinierende Dimension. Und für Tourismuswerbung ebenso bedeutsam wie für Wissenschaft und Forschung. Das Abenteuerfilm liegt nicht zuletzt darin, dass der Zuschauer in Sekundenschnelle durch Welten geführt wird, die sonst für ihn nicht erreichbar sind oder unendlich weit auseinanderliegen. Das Spektrum des Auftragsfilms umspannt die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt. Unter Wasser, zu Lande und in der Luft.